Hi Leute, kennt ihr das chinesische traditionelle Blau-Weiß-Prozellan? Derzeit findet in Beijing eine Kunstausstellung der Werke von Professor Zhule Gung statt. Weil sie wirklich so wunderschön ist, würde ich sie Ihnen gerne mal zeigen. Dabei wurde eine neue künstlerische Form von Porzellan designt, die in drei unterschiedlichen Räumen dargestellt wird. Diese Ausstellung zieht zahlreiche Besucher an, darunter auch viele junge Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017